Wann schlecht ist? Ich hab doch keine Axt gesehen. Wo ist denn? Oh! Er kommt ja bisher her. Er hat mich nicht gesehen, wie ich auf meinem Schwein sitze. Oh, das magst du gerade eigentlich? Ja. Da komm ich erst. Hi, Mäckchen. Wie geht's? Wie geht's? Und der ist irgendwie wahrscheinlich unschlüssig nach rechts und nach links gelaufen. Ich sass hinter der Mauer, hab nach links geguckt, nach rechts geguckt, wusste nicht wo er war. Und als ich hinter der Mauer vorgehen wollte, war es halt vorbei. Ja. Sagen wir mal so, ich bin nicht gestorben, das ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, das macht sich bei der KD schon mal ganz gut. Weil ich hab's manchmal, da sind noch ein paar Sekunden und dann denk ich so, okay, stimmst du jetzt? Oder dann manchmal werd ich dann da noch von jemandem geholt. Ja, das ist dann ärgerlich. Ja. Weil dann kriegst du einen Kill nicht und hast noch ein Minus auf deinem Konto. Aber manchmal hab ich beim Preplay auch so Runden beim ersten Hinweis direkt einer oder beim zweiten Hinweis manchmal sogar zwei gleichzeitig. Ah, okay. Krass. Dann, wenn der hinten alles so laut ist, versteck ich mich irgendwo vom Bad auf jemanden, dass der dann mal ein bisschen hier rumsucht. Das ist manchmal auch dann ganz schön, ganz schön tricky. Wenn wir gehen jetzt direkt nach oben, dann müssten bestimmt zwei Hinweise sein. Aber ich seh da unten Richtung Heilwasserkirche zwei Hinweise. Ja, ich glaub das ist dann auch schon auf der anderen Seite, da verläuft ja fast die Grenze. Meinst du? Ah. Das sieht ziemlich nah aus, finde ich. Ja moin. Hm? Ja. Genau haben sie schon. Wollen wir sie abfangen oder wollen wir rein? Gut sagen und reingehen. Okay. Ich muss mal gucken, ob ich noch eine Axt finde. Ich glaube ich hab zwar wieder eine Ausdauerspritze, oder? Nee, bei dem nicht. Na, ich hab auch keine. Oh, eine Axt wäre nicht schlecht. Nee, da ist nichts. Ah, hier gibt's Verbrauchsgüter. Ich bin noch voll. Hier gibt's auch noch welche. Hier. Oh, ey, weg das Ding. Ich will die Lampe nicht mehr. Ja. Mann. So einfach Wache wechseln oder so. Aber was schon mal cool ist, hier vorne bei dem Eingang, da ist direkt so ein Fleischkopf. Ich bin grad ziemlich stark in der Versuchung mit der Armbrust auf den zu schießen. Ich gucke noch mal ein bisschen rum. Aber es gibt halt einen Mordsschlag. Oh. Was macht das? Plus, da kommen langsam welche. So, Westen, Nordwesten. Dann lass uns abfangen. Ja. Oh. Oh, der eine hat ein Stück Funde. Oh, hier ist noch ein Fettsack. Ah, bei mir sind die zwei Kranz die Nerven. Oh, von Südwesten können wir auch mal schießen. Ja. Scheiße, wir sind im Zingel. Direkt da hinten. Ah, jetzt hört man die Steps. Ich glaub die kommen von da. Mhm. Oder von hier drüben. Moin. Moin. Hi. Ruf, was geht denn hier ab? Hallo. Da drüben. Da. Doch, weiterhören muss. Micha, du bist im falschen Channel. Ja, stimmt. Du bist im Stream leiser als wir. Ja. Ja. Noch nicht. Jetzt besser. Boah, geht so, ne. Kannst du noch mehr oder was? Ja, bitte. Willst du noch mehr? Du müsst doch reichen, oder? Also man hört dich, aber dann müsstest du uns ein bisschen leiser machen. Bei allen Leuten im TS war das so genau. Dann macht der TS ein bisschen leiser. Ah, einer ist noch da hinten. Ja, ich hab da klappenfranter. Ja, der Klappenfranter. Ja, der Klappenfranter. Bei dem Typen. Also sein Partner, die haben sich ja getrennt. Ja. Da ist er unten irgendwo. Da folgt man seinen Partner. Ah, hätte er dir jetzt schon vorher gehört. Ah, hätte er dir jetzt schon vorher gehört. Ah, ich komm mal zu dir. Ich hab den verloren. Ohen. Ich hab den. Oh. Tidis haben, was... Da muss hier unten irgendwas sein, glaub ich. Okay. Hast du das grad geworfen, oder war der das? Ich? Ja. Er ist hier drüben. Mhm. Das ist der bis gleich. Ja, ich glaub da, da hab ich grad. Ich glaub, der hat auch ne Schrotflinter. Okay. Ich hab'n einmal. Gut. Das arme Schwein. Ist noch sein Partner, der irgendwo rumlungert. Ich guck mal, ob ich irgendwo ne Laterne find. Ja. War das Max gerade eigentlich? Ja. Ah, guck mal, der ist. Hi, Mäckchen. Wie geht's bestimmt? Mäckchen? Die Stimme muss man ja oft noch gewöhnen. Das muss er immer erkennt auf Anhieb. Ich war mir nicht sicher, ob du's bist. Äh, ja doch, ich bin's. Jut, jut. Sehr gut. Na, der Hammer liegt direkt da im Weg. Oh, da war ne Witz. Was? Ja. Ich leg mich mal hier vorne auf den Laubauer, hm? Oh, fuck. Oh shit, ich bin schnell raus. Oh. Oh, er kommt ja bisher her. Oh. Da vorne ist Medikit. Oh stimmt, deine. Total vergessen. Deine Axt. Hast du? Hast du? Hast du? Willst du kurz hier warten oder was? Nur ich decke hier den Ausgang ab. Oder ich guck mal, ob ich eine Falle finde. Alter. Ich hab meinen Hammer irgendwo verloren. Ach ja. Oh, er hat mich angefackelt. Oh, er hat mich angefackelt. Ey, was ein Pisser. So. Ich bin ihm hinterher gerannt. Und er haut einfach ab. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, die Tee direkt am Reinausgang. Mhm. Hier brennt's überall. Hier ist es hell. Ich setz mich mal hier auf so'n Schwein. Ich setz mich mal hier auf so'n Schwein. Lol. Was? Das muss man jetzt nicht verstehen. Ja. Ich hab eine Flair auf die Treppe geworfen. Aha. Es sah aus, als wäre die ausgegangen. Und jetzt ist die hinter die Textur von der Treppe gefallen. Jetzt leuchten die Stufen an den Seiten. Die ganze Treppe ist erleuchtet. Ich hab einen. Sehr schön. Ist der hier reingekommen? Ja, das hinten runter. Ich dachte mir grad, hä? Bewegt sich da was? Man sieht das so schlecht. Also das ist... Kannst du noch auf die Leiche gucken? Ja, ich kann eine Lampe drauf schmeißen. Ja. Eine Frau oder ein Mann? Mann. Verdammt, was nicht der tut von vorhin. Er hat mich nicht gesehen, wie ich auf meinem Schwein sitze. Gleich runter zum Ausgang, oder? Ja. Max bist du jetzt, oder? Ja. Äh, Moment. Noch nicht. Dass das nicht weg, wenn du dich hast. Och ich darf dich. Ich darf mich nicht weg. Yung. Jäger. Ich darf mich nicht weg. Ich darf mich nicht weg. Ich darf mich nicht weg. Alles klar. Deine Ahnung. Hörende. 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 Vielen Dank.